Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Murdered So Suspect, mich hat gerade das Ablenken voll irritiert. Das Ablenken hat mich abgelenkt. So, dann gehen wir mal weiter, weil wir sind ja hinter so einem Geistermädchen hinterher, um sie mal persönlich was zu fragen. Nur haut die immer vor uns ab und dann sind uns ein paar Dämonen in die Quere gekommen. Verwegender Ronan. Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine Versicherung, das ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stürzt er sich eines Tages in eine Situation und kommt in einem Sarg wieder heraus. Ja, damit hatte sie vollkommen recht. So, ich muss mal kurz zwischendurch mal gucken, nicht, dass ich einem Dämon in die Hände laufe. Oh, hier ist auch wieder so eine komische Lücke. Wow. Oder Eisen oder so, aber es ist wie ein Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir nach Boston trampen. Und das mitten in der Nacht. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Hey, entspann dich. Denk dran. Die ganze Sache war deine Idee. Verdammt! Das Teil muss zugeschweißt sein, oder so. Nein. Ich wette, die Türen sind so konstruiert, dass man sie ganz leicht aufbekommt, nachdem die Leichen drin sind. Denk nächstes Mal an das Brecheisen. Nächstes Mal? Sekunde. Wo ist der Flachmann? Ich dachte, den hast du. Nein, du. Hast du ihn irgendwo hingelegt? Er muss hier sein. Sieh dich einfach um. Essentielle Ausrüstung für eine Spritztour, weißt du? Ähm, ja. Was kann man am besten machen, wenn man auf einer Spritztour ist, trinken und dann Grabräuber spielen, oder was? Das wird nicht gut ausgehen. Und vor allem, was denkt er sich denn? Massives Eisen ist schwer. So viel Spaß hatte ich. Noch nie. Und solche Sachen sind meistens wirklich gut durch Dings. Gut, dass ich hier rein bin. Hallo? Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass er überhaupt, also wenn es Eisen ist, dass er da überhaupt durchläuft. Weil, wer Supernatural kennt, weiß, dass eine effektive Methode gegen Geister halt nun mal reines Eisen ist. Und gegen so vieles. Herr Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Habe sogar einen Schluck aus einem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bayonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich habe es nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. Also wenn er noch leben würde, dann wäre er also ein Psycho-Killer. Hier kann ich auch durch. Cool. Also wenn hier nicht irgendwie was versteckt ist, sei es ein Geisterbild oder Sonstiges, dann weiß ich ja auch nicht weiter, ne? Wobei ich sehe nichts, nichts was flackert. Gar nichts. Kann ich auf der Seite irgendwo noch durch? Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Schade. Irgendwie, ja. Dachte ich jetzt, da wäre wirklich was gewesen. Aber den war nicht so. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendein Licht. Aber ich komme hier nicht durch. Jetzt ist das Licht weg. Was? Aber da sind auch so komische Zeichen. Jetzt ist das Licht wieder da. Aha, das leuchtet hin und wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten ihre Fähigkeit vielleicht auch mal selber nutzen. Das wäre natürlich cool. Muss man nur sehen, wie es funktioniert. Das ist wieder ein Glockensymbol. Glockenmordgraffiti ist vermutlich nicht das Berg des Mörders selbst. Gefahr des Kultstatus an Offizie in der Nachbarschaft weitergeleitet. Okay, sonst ist hier nichts drinne, scheinbar. Oh, da ist wieder ein Geist. Aber Hauptsache keine Dämonen, ne? Das wäre doof. Ist das oben auch ein Geist? Ich glaube, ja. Ein Geist mit einer lebenden Person. Interessant, wo die Leute überall begraben worden sind. Ich meine mal, vielleicht kann ich helfen. Vielleicht kann ich helfen. Verdammt! Was stimmt nicht mit dem Ding? Was meinen Sie? Es scheint seine Funktion zu erfüllen. Es soll die Leute wissen lassen, wer ich war. Aber ich war nicht so. Nicht so dreckig. Ich war einflussreich und reich und sauber. Ich wusste, wie wichtig es ist, den Schein zu wahren. Und deswegen genügt das hier nicht. Es muss besser aussehen als die anderen. Ich bin nicht wie diese Verrückten. Wenn Sie wüssten. Ich bin nicht wie diese Verrückten. Wenn Sie wüssten. Also, im Grunde genommen hält er Sie für verrückt. Es ist aber auch irgendwie ein bisschen verständlich, oder? Selbst im Tode noch als Geist so penibel zu sein. Ach, hier sind sogar mehrere Lebende. Hallo? Oh, da liegt was. Ach, das ist ein Dings. Egal. Warum Ronan Kopf wurde. Ronan war heute ungewöhnlich philosophisch. Sonst sagt er solche Dinge nicht. Aber er sprach immerzu von Karma und wie er sich von seinen vorvergangenen Fehltritten reinwaschen müsse. Ich nehme an, er meint die Verbrechen in seine Vergangenheit. Und deswegen muss er kopp werden, um zu sühnen. Sagt er. Es war der einzige Weg, den er sah. Ist er ein Metzger oder ein Psychopath? Noch zwölf zum Aufdecken. Ein Haarkranz. Okay. Davon gibt es scheinbar mehrere. Ich habe aber bis jetzt nur das eine gesehen. Ja, aber dafür ist Salem bekannt, ne? Wegen der Hexen. So, dann reden wir mit ihm hier. Ähm... Hey Kumpel, hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nie einen von ihnen getötet. Das habe ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Ich habe gehört, da draußen gibt es einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Ja, da lag ich gar nicht mal so verkehrt mit Psychopathen und Metzgern, ne? Dies ist auch schon mal ein bisschen krass. Erinnert mich an eine Criminal Minds Geschichte. Da hat auch eine Frau Einbildung, dass sie so einen bestimmten Hautausschlag hat, weil ihre Tochter den, glaube ich, mal hat oder so. Auf jeden Fall hat sie Männer entführt, die dann irgendwie den... Ne, das war was anderes mit den Schweinen zum Fraß vorgeworfen, oder? Was ich nämlich denke, da war nämlich auch was mit Blumenerde und hat das zum Düngen benutzt und dann dachte sie, das würde ihr helfen, so naturmäßig und so. Aber die Reste vielleicht doch den Schweinen zum Opfer geworfen, ich weiß es nicht genau. Aber schon krass, der Kerl. Bestimmt hieß der Junge auch noch Timmy oder so, das wäre so das typische... der typische Opfername. Aber da ist irgendwas. Ein Flachmann. Kann ich den nicht irgendwie mitnehmen? Och Mann, oh... War da eben gerade noch irgendwas anderes? Außer das Verstecken? Ich habe Angst, ich fall hier gleich runter. Dann darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ne, ist nur beides verstecken, okay. So, einmal kurz umdrehen. Einfach nur damit ich nichts übersehe, was direkt neben mir oder hinter mir liegt oder so. Hatten wir schon oft. Gelbfieber-Gedenkplakette. Viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Welthandel veränderte, starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Gelbfieber. Ja, hier war doch auch Quarantäne, auch für die Pestleute hieß es doch. Dass die, die an Pest erkrankt sind, auf dem Friedhof dann hier unter Quarantäne gesetzt worden sind. Warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwie klang das gerade sehr, sehr seltsam. Aber da drüben war auf jeden Fall irgendwas, was ich wegmachen konnte, oder? Da war doch irgend... Ne, doch nicht. Ha, dann habe ich mich verguckt. Das sah aus, als wäre da irgendwas... Ja, wie soll ich sagen? Was, was... Dings. Das ist ja auch so ein komisches Leuchten. Ach, ist das hier unheimlich. So ein grüner Schimmer, jetzt habe ich es. Ah, hier kann ich nicht durch. Ist ja schön. Aber dann reden wir mal mit dem Typen hier, das ist bestimmt ein Arzt oder so. Wessen Hand ist das? Wessen Hand ist das? Ah, nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mir nach Voodoo als noch Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt, um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ja. Wenn es ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. Nett, der Kerl. Oh, wir können das Buch beobachten. Dr. Trotters Befunde. Ich glaube, wir können hier wieder jemandem helfen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Was ist das für ein komisches Leuchttemberg? Ich dachte, das ist eine Lampe. Oh, 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 warte. Benutzte Amputationswerkzeuge. Aha. Amputation, ne, stelle ich mir richtig, richtig böse vor. So, hier ist auf jeden Fall noch irgendwer. Nur jemand, den wir fragen können. Wenn der Baum nicht im Weg ist. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Ah. Ja, okay. Der Typ, der ist so ein verrückter Wissenschaftler mäßig. Ja, ich glaube, anders kann man es nicht bezeichnen. So. Na, Madame? Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh, oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Jeder bescheuerte Geist außer ihm. Wir haben bis jetzt einen einzigen getroffen. Halte linke Maustaste gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit der Maus. Ich lasse links los, um zu teleportieren. Okay, das werde ich mal gleich ausprobieren. Ich will mich hier nur noch ein bisschen umsehen. Ich will nämlich mal gucken, ob ich da durch kann. Aber nee, kann ich natürlich nicht. So, dann verfolgen wir sie mal weiter. Achso, linke. Ah. Was? Hä? Ich hab doch gemacht... Ah, ah, warte mal, warte mal, warte mal. So muss das sein. Ah. Okay, das hätten sie auch mal sagen sollen. Die sind jetzt durch Zufall herausgefunden. Jetzt hör auf, mir abzuhauen. Achso. Ach, durch solche Lücken kann ich... Ach, dann brauch ich gar nicht die Katze. Dann brauch ich nicht die Katze, sondern nur dieses Teleportieren. Was heißt denn nur, ne? Oh Gott, ich seh nichts. Äh, Kamera. Dann kann ich, sobald ich hier raus bin, wohl auch das Dings beenden. Die andere Geschichte mit diesen Kabinen. Ach, Kabinen. Ja, weil ich Kabinen gerade gesehen habe. Da kann ich auch irgendwie durch. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hier lang soll, ne? Deswegen gucke ich mich einfach mal um. Ich hab nicht mitbekommen, wo sie hin ist. Oh. Grammophon. Und medizinische Journale. Okay. Da ist auch irgendwas auf dem Bett, aber das ist anscheinend nicht für ihn wichtig. Ah, guck mal, da ist irgendwas. Ah, wieder ein Haarkranz. Gut, dass ihr mich hier nochmal umgesehen habt, ne? Fiebermittel. Oh, Schaufeln. Sind die irgendwie wichtig? Da kann ich auf jeden Fall auch durch. Und zurück. Ähm, ich muss auf jeden Fall... Oh, 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 oh. Sackkasse. Wo ging's denn hier zurück? Ach, hier. Ähm, einerseits war ja oben, wollte ich mich noch umsehen. Andererseits ist hier ja auch noch irgendwie was. Aber ich geh gerade mal nach oben. Und guck mich da mal um. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo sie hin ist. Aber wenn ich die Möglichkeit hab, dann guck ich einfach mal hier. Und da liegt sogar was zum Einsammeln. Neues Gerechtigkeitstattoo. Ein weiteres Tattoo auf seinem Rücken. Eine weitere Frau. Aber zum Glück eine abstrakte. Justitia mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich fragte, was sie bedeutet. Und zum ersten Mal sagte er, er wolle nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hatte einen traumatischen Gerechtigkeit- ist-nicht-Blind-Moment. Vielleicht öffnet er sie später. Aber sonst ist hier scheinbar nichts, ne? Und auch hier so weit oben seh ich jetzt zumindestens auch nichts. Dann guck ich mich mal hier unten um. An der Stelle. Oh, guck mal, da ist noch eine Krankenschwester. Mit der werde ich mal gleich reden. Ich hab eben gerade auch schon was leuchten sehen. Oh, hier sind ein paar mehr. Mit euch rede ich gleich. Erstmal das einsammeln, bevor ich das vergesse. Neues Rosentattoo. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ein neues Tattoo an Ronan. Es ist nett, dass dieses nichts mit Verbrechen oder Gewalt zu tun hat. Es ist tatsächlich für mich oder für uns zwei verschlungene Rosen direkt über seinem Herzen. Ich schätze, er plant, dass unsere Beziehung ewig hält. Etwas verrückt, dass er es über das Tattoo seiner Eltern hat stechen lassen. Okay, ja, ich erinnere mich an die Videosequenz. Ich weiß aber nicht mehr, was da drunter war. Weil es nur, als sie dann gestorben ist, ist das eine, die eine Rose war dann dunkel verfärbt. Also, oder generell dunkel halt. Nicht mehr so rot. Stand dann also für sie in dem Moment. Du hast dich wunderbar hingestellt, weißt du das? Okay. Okay. Okay, das interessiert die also nicht. Also gut, dann bleibt mir ja bloß noch der Weg nach draußen, ne? Oh, ich hoffe, ich habe die Möglichkeit auch nochmal wieder zu dieser Mauer zurückzukehren, die ich gesehen habe. Auf dem Weg hierher. Weil ich will jetzt nicht den Weg mir da jetzt extra nochmal hinlatschen und so. Obwohl, ich weiß auch nicht, wo mich das hinbringt. Oder warte mal, was sagt der Countdown? Oh, der Countdown sagt, er ist abgelaufen. Gut, dann kann ich das offscreen machen. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, dann tschüss, eure Time.